Ach, hier ist Lava, okay. Das erklärt die Sache. Das erklärt natürlich alles. Wahrscheinlich ist das mit dem Gwurbelberg verbunden, an dem wir vorhin waren. Damit interessiert trotzdem, wo es hier weitergeht. Ich meine schlussendlich, wir sind ja hier sehr stark in Ufernähe, ne? Theoretisch können wir hier wahrscheinlich rausschwimmen. Mich würde auch mal interessieren, wo wir gerade sind. Eine Hauptsache, wir kommen hier auch wieder hoch. Äh, runter, aber nicht so. Hoch kommen wir auf jeden Fall hier. Schwupps. Ach, guck mal, da vorne hinten sind wir irgendwo reingegangen, jetzt sind wir hier. Okay. Ganz schönes Stück sind wir jetzt hier gelaufen. Da vorne ist auch noch ein Eingang. Also hier ist scheinbar der Tunnel eingebrochen. Hier ging es, ey, wäre es wohl mal weitergegangen. Ich will jetzt den Tunnel da aber nicht weitergraben, ganz ehrlich. Weil der ist schon so groß genug hier alles. Und ich glaube nicht, dass wir da jetzt unbedingt noch rüber müssen. Ich glaube nicht, dass er sonst Duff ist, dass wir den unbedingt brauchen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Ich werde jetzt hier alles mitnehmen und werde da mal langsam wieder Richtung, Richtung zurückgehen. Aber irgendwo sind doch hier noch Zombies und alles ohne Ende. Ja gut, der Gang dann auf der anderen Seite weiter, ne? Alter, ich will jetzt hier noch nicht den ganzen Wurzel wieder abbauen. Na gut, komm, wir machen das jetzt nochmal hier einmal. Einmal können wir noch, danach haben wir aber auf jeden Fall genug, schätze ich mal. Ja, und da wusste ich nämlich schon, da kommen wir durch zur anderen Seite. Das war auch klar, das hat man gehört und das war auch irgendwie zu erkennen. Aber die Frage aller Frage ist jetzt doch eigentlich nur noch, wo kommen die ganzen Zombies hierher? Ich meine, hier dürften ja nicht mehr viele sein, weil dann sind ja... Wow. Alter, wo kommen die hier um alle her? Aber da kommen natürlich welche von oben. Ist ja... Klar, aber... Ich hab Angst, wir sind zu laut der Oberfläche. Ähm... Okay. Na gut, dann haben wir uns jetzt nochmal eben schnell durch. Dann sind wir gleich die durch, äh... Alter, so wie viel Scheiß hier ist. Wie viel Scheiß hier ist. Für Gurbel haben wir schon wieder. Ja, das reicht, äh, dann wahrscheinlich für gewisse Bauprojekte, die angesehen sind. Alter. Ja, aber dafür, dass wir vorher nichts hatten, ist die Kiste wahrscheinlich danach voll. Wenn wir hier aus dieser Mine wirklich mal zurückkommen, irgendwann mal. Alter, ist das die letzte... Ne, danach haben wir immer noch einen, okay. Alter, wie viel Gravel hier mal wieder so ist. Das ist doch wieder unglaublich. Na ja, zumindest haben wir auf jeden Fall echt hier genug, also... Sowohl an Flint als auch an Gravel, Gravele, die Keys oder wie man es nennen möchte. Und unsere Schaufel gibt bald den Geist auf, das heißt, wir müssten auch mal wieder zurück zu unserem Häuschen, wobei wir vorher noch die ganzen Rohstoffe mitnehmen werden, hier bis auf Sachen, die zum Weggraben sind dann wahrscheinlich. So wie dieser Gurbel. Alter, wie viel Kohle, 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 überall nur Kohle, ich sehe so viele Kohle, Kohle in die Dauern gehen. Alter, wie viel Kohle, ey. Das ist echt, also... Meine Güte. So, hier noch eine Fackel hinten. Hauptsache, uns gehen die nicht aus. Das wäre mal wieder nämlich typisch und verdammt beschissen. So. Erstmal wieder mit dem ganzen Eisen hier weg. Da ist eine Ender-Pussy. Ja, ich glaube, wir haben ihn angeguckt. Hör mal, da kommt auch an. Alter, wo ist der? Alter, wo ist der? Wo ist dieser Pisser? Über uns, oder was? Der soll hier ankommen, verdammt. Der soll sich... ...stellen, dieses Weichei. Alter, wo kommen die alle her? Ha, ha, loser. Lusche. So, gar wenigstens Ender-Perle. Alter, wo kommen die hier oben alle her? Wo kommen die hier her? Wo kommen die hier her? Eisenkohle. Planschende Zombies über uns. Wahrscheinlich wieder die, die sich vor... ...vor der Sonne schützen wollen, weil es einfach Schüsse sind. So. Am Angst vorm Sterben. Die Zombies. Okay, die Kohle hier können wir, glaube ich, vergessen. Die Kohle hier können wir vergessen. Das ist doch was für die Füße, weil wir sind zu nah an die Oberfläche und da kommt uns die ganze Scheiße entgegen. Hier könnten wir vielleicht noch Glück haben, dass es passt, jawohl. Alter, wo sind diese Viecher immer? So, jetzt gehen wir hier den letzten Gang lang, ja, und dann gehen wir zurück. Hier können wir endlich mal viel weggraben. Alter, aber diese Hülle ist doch nicht so groß. Weiß man, wie lange wir alleine für dieses winzige Stückchen hier brauchen, ist ja echt unglaublich. Aber na gut, ne? Wir wollen natürlich auch gründlich sein, alles soweit mitnehmen. Da unten geht's auch wieder rein, aber das ist uns auch diesmal ein bisschen wurscht. So, dann nehmen wir jetzt hier erstmal das Eisen mit und die Kohle mit. Dann haben wir hoffentlich nachher noch genug Platz für das restliche Eisen und die Kohle. Und dann können wir erstmal die Sachen wieder wegbringen, weil unser Inventar voll ist wahrscheinlich. Alter, aber da müssen wir wahrscheinlich schon wieder mal neuen Wood holen. Neue Stickies. Mann, wir haben ja davon irgendwie definitiv immer grundsätzlich zu wenig. Alter, alter. Dann müssen wir auch nochmal in den Nether, dann müssen wir uns Blaze Wards holen, dann müssen wir mal eine Endertruhe machen und so weiter und so fort. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns so in der nächsten paar Fol- Also nächsten paar, nächste Zeit nenne ich es mal. Folgen müssen wir uns ja nicht folgen. Sind es ja definitiv noch einige mehr, so Level ab. Da über uns war ja auch noch irgendwo Kohle, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl. So, ich hoffe, wir kommen hier überall dran soweit. Ah, da nicht, aber das ist auch nicht so tragisch. Ich nehme jetzt nur noch die Kohle mit, wo wir auch so wirklich dran kommen, dann ist es reicht. Wir haben sowieso so viel von dem Zeug. So, da kommen die das mal da oben jetzt. Haben wir mehr als genug von mit. Und dann gehen wir jetzt mal wieder zurück hier. Hier, das wollte ich eigentlich auch mitnehmen. Alter, wie viel Eisen hier jetzt ist, ey. Ja, da haben wir auf jeden Fall, also da sollten wir schon mal zumindest unsere Aktion im Messer mitdecken können. Alter, schon wieder Eisen. Guck, dafür ist es gut, wenn man den Gravel immer weg macht. Man weiß nie, was sich dahinter verbirgt, ey. Eine Ewigkeit in der Öle. So, hier ist wieder Kohle, 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 Kohle. Ein riesenmenge Kohle. So, Höhe 32 nur noch, ey, Alter. Wie schnell wir hier runterkommen. Ach Mensch, guck mal, da ist eine Verbindung. Da gehen wir aber gleich wieder hoch, schätze ich mal. Deswegen mache ich jetzt nur noch hier die Kohle weg. Und werde dann nach, nämlich auf die andere Seite wieder gehen. Werd da zurückgehen. Aber ist ja mal Hammer, dass hier alles wirklich irgendwie miteinander verbunden ist. Das ist total krank irgendwie, weil überall kommt da noch Zombies, Monster her. Weil dort nicht so gut ausgeleuchtet ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, nee. So, da ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Gut, dann können wir jetzt endlich zurück. Sychorus Limes. Hier geht es weiter nach unten. Ich wollte aber erst mal nach oben. Ist ja auch noch was gewesen. Zwar nicht mehr viel, aber ein bisschen ist ja auch noch. Und dann können wir unten langsam zurückgehen. Dann haben wir hier wirklich auch ein bisschen was. Diesmal schon mal weggesnackt wieder. So, äh. Muss mal gucken. Eine halbe Stunde habe ich auf jeden Fall noch zum Aufnehmen heute. Danach muss ich nochmal, äh. Weg. Und danach muss ich nochmal aufnehmen, damit ich wirklich, äh, alles hinkriege für die nächste Woche. Ach ja, das wird, wird eine, äh, wird eine spannende Woche werden, glaube ich. Also echt einige Neuerscheinungen, einige Neuerungen. Und einige Testprojekte, muss ich sagen, noch dazu. Also ich, äh, bin gespannt, wie es werden wird. Da würde ich ja am liebsten hin. Da wissen wir nämlich schon mal, wo die... Wo Marvin, Kevin und Co. vorhin herkamen. Ja, genau, du Creeper. Du springst uns nicht auf die Birne. Ich hab dich gesehen. Gut, dass der draufgegangen ist. Alter, wo kommen die alle her, diese scheiß Creeper? Ich hab fast nur noch Creeper, das ist doch echt was für die Füße. So. Jetzt sind wir wieder hier oben, an dem Spawner. Ja, waren wir da schon definitiv. Hier ist auch nirgends wo mehr was, glaube ich. Also da haben wir, glaube ich, recht gut vorgesucht damals. Da haben wir echt alles mitgenommen, was ging. Aber die Frage ist halt nur noch, wie organisieren wir uns, dass wir hier wirklich den ganzen Rest auch noch mitnehmen können. Weil es hier doch noch echt jede Menge, was wir hier über... Oder was heißt, übersehen haben, haben wir es gar nicht. Sondern wir haben es nicht mitgenommen. Den Tag, weil wir von Zombies verfolgt wurden und wir waren froh, dass wir hier dann noch lebend rauskamen. Weil jetzt sind wir nämlich wirklich ganz oben, unterm Wasser hier in dieser Höhle. Und von hier oben müssen wir uns auch unten durcharbeiten und dabei wirklich echt jede Menge mitnehmen. Du verpiss dich wieder nach unten. Ja genau, spreng uns hier noch rein. Und bin ein Creeper, ich hab schon mal voll in die Luft schon jahren. Alter, ich hasse diese Viecher, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Vor allem, weil ich nicht weiß, wo das hier so dunkel ist, dass sie hier überall spawnen können. Also ich mein, hier in der Ecke, okay, ja. Aber, wo kommen diese Viecher sonst hier überall her, diese scheiß Drecksviecher? So, da müssen wir rüber. Alter, wie viel Stuff hier ist, das ist unglaublich. Also diese Höhle ist recht ergiebig, muss man sagen. Wir haben, glaube ich, also eine wirklich der größten Höhlen, die ich so persönlich in Minecraft kennengelernt hab hier. Weil wir haben ja echt nur einen Bruchteil, das geht ja doch noch deutlich weiter hier. Na, jetzt komm, schwimm, schwimm, schwimm. So, nach oben. Ach, da waren wir auch schon. Wir waren aber schon mal kurzzeitig, glaube ich, beim Zubauen. Na, gut dann. Ein Skelett. Na, komm an. Da ist der Minenschacht. Waren wir deswegen noch nicht hier, weil da der Mine war? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich meine, die Mine will ich natürlich jetzt noch nicht erkunden, weil die ist ja nochmal so ein extra, extra Gang. Da erhoffe ich mir, dass ich da nämlich dann mal vorher eine kleine Pause machen kann. Es war so klar, dass dieses verschissene Skelett uns, sich da irgendwo hinstellen wird und auf uns warten wird. Na gut, da unten geh ich jetzt, wie gesagt, noch nicht hin. Das hebe ich mir für später auf, denn da werden wir gezielt durchgehen. Da überlege ich mir noch, wie ich das am besten mache, dass wir wirklich alles mitnehmen können. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich ein Backpack vielleicht für brauchen werden, weil ich weiß, in den Minen ist manchmal echt noch jede Menge Stuff und nochmal deutlich mehr als hier. Und wir wissen, wie groß die Höhle ist. Ich will nicht wissen, wie groß der Minenschacht, der dazugehörig ist. So, aber jetzt erstmal den Rest hier erkunden. Und alter, wie groß echt diese verschissene Höhle hier ist. Das ist echt unglaublich. Weil egal, wo man hingeht, ja irgendwas hat man immer noch nicht gesehen. Irgendwo geht es dann doch immer nochmal weiter. Jetzt komm, schwimm, doch alter, schwimm hier raus, verdammt. So. Komm, dann hämmer ich jetzt auf. Ich will eigentlich da drüber. So.